Wenn wir alle Christus kennen würden, wenn wir in die Reife kommen würden, weil wir ihn kennen, niemand würde hingehen zu den falschen Propheten, zu den falschen Aposteln, zu den falschen Lehrern, zu den falschen Hirten. Niemand würde hingehen. Niemand würde auch nur einen Cent in das Opfer tun. Und was ist? Diese Leute müssen zu Hause bleiben und leisten damit einen gewaltigen Beitrag zum Fortschritt des Volkes Gottes. Halleluja! So, wir sind das Problem. Wir müssen in die Mündigkeit kommen. Judas, Kapitel 3, noch Vers 3, es gibt kein Kapitel. Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal, den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hier fing der Geist des Antichristen schon an zu wirken. Und er fordert die Gläubigen auf, zu kämpfen für den Glauben. Der Glaube ist in Gefahr. Und für den Glauben muss jetzt gekämpft werden, damit der Glaube unversehrt bleibt. Und damit der Glaube rein bleibt. Ich fordere euch auf, sagt Paulus, kämpft den Judas, kämpft für den Glauben. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Was ist die Verführung? Gnade wird verkehrt in Ausschweifung. Gnade ist dazu da, uns zu trainieren. Titus 2 ganz unten rechts. Die heilsame Gnade ist erschienen und sie unterweist uns, die weltlichen Begehren zu verleugnen und gottesfürchtig und gerecht zu leben. Die Gnade ist da, uns zu lehren, auf die fleischlichen Begehren nicht mehr zu achten. Dafür ist Gnade da. Und eine Botschaft der Gnade, die nicht zur Heiligung führt, die nicht dazu führt, dass Menschen alles daran setzen, Christus ähnlich zu werden, die nicht dazu führt, dass ihr Leben reiner wird, ist nicht die Gnade Gottes. Gnade wird verdreht und den Leuten wird gesagt, du musst nur Jesus annehmen. Zeig mir das in der Bibel. Niemand kann Jesus annehmen ohne Buße. Das ist völlig ausgeschlossen. Niemand kann Jesus annehmen ohne Buße. Erst muss Buße getan werden. Erst muss eine Umkehr kommen. Erst muss ein Inhalten kommen. Und ich muss sagen, ich bin auf dem falschen Weg und ich darf und ich soll und ich will und ich werde nicht mehr diesen Weg weitergehen, sondern ich kehre jetzt um. Und wer das tut und umkehrt und sich zu Gott wendet, der bekommt die Gnade des Glaubens. Das ist der Grund, warum unsere Evangelisationen so fruchtlos sind. Wir erzählen den Leuten etwas, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Wir sagen, du musst einfach nur Jesus annehmen. Und dann füllen sie eine Karte aus, glauben unseren blumigen Versprechungen, heben die Hand, wir sagen, willkommen in der Familie Gottes. und sie gehen nach Hause und sagen, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum die alle so begeistert waren. So dramatische Umwälzungen kann ich da in mir gar nicht spüren. Und dann müssen wir hinterher telefonieren, du am nächsten Sonntag ist Gottes, du kommst doch nicht wahr. Und einmal kommen sie noch uns zur Liebe. Aber weil nichts passiert ist, weil sie gar nicht von neuem geboren sind, der Heilige Geist zieht sie überhaupt nicht. Wenn jemand seine Verlorenheit gesehen hat und jemand verstanden hat, Christus hat meinen Platz im Gericht eingenommen und weil er die Strafe, die ich verdiene, getragen hat, deswegen muss ich nicht in die Hölle, soll obendrein haben, habe ich nur das Vorrecht, Gemeinschaft jetzt mit Gott zu haben und von ihm gesund geliebt zu werden. Dem musst du nicht sagen, denk dran, morgen ist Gottesdienst, komm in Gottesdienst. der sagt, wann ist das nächste Meeting? Wann kommen wir wieder zusammen? Wann geht die Sache hier weiter? So viele Leute haben wir bescheinigt, das sind Kinder Gottes und nichts ist. Und dann sagen wir, ja, die wollen einfach nicht. Wir haben ihnen etwas verkauft, das nicht echt ist. Gnade ohne Buße ist nicht die Gnade Gottes. Und das trifft zu für Evangelisation und das trifft auch zu für die, die dann in der Nachfolge sind. Ach, einfach nur Gnade, Gnade, Gnade ist das, der Ersatz bei so vielen für Gehorsam. Ich habe in meinem Gespräch gelauscht von zwei Bibelschülern. Heute Abend ist Gebetsabend. Was machen wir? Gehen wir zum Gebetsabend oder gehen wir ins Kino? Ach, nehmen wir Gnade und gehen ins Kino. Das ist genau das, wovor Judas warnt. Die Gnade wird in Ausschweifung verkehrt. Die Gnade wird missbraucht, um unenthaltsam zu leben. Und unenthaltsam bedeutet, wir disziplinieren nicht unsere fleischlichen Glüsse. Wir bewerten sie nicht. Wir sagen nicht, das kommt aus dem Fleisch, das ist nicht aus dem Geist. Ich gehe nicht darauf ein. Ich sage Nein dazu. Sondern die Gnade wird noch als ein Mittel genommen, um dem Fleisch zu dienen, dem Fleisch zu folgen. Und diese Gnadenbotschaft ist sehr, sehr, sehr populär in unserem Land. Und dann wundern wir uns, warum die Teilnahme an Fastentagen, an Gebetsnächten, an Arbeitseinsätzen, warum das immer mehr runter geht. Neulich hat mir jemand erzählt, in unserer Gemeinde ist das so, sagt sie, ja, die Hauskreise sind eingeteilt, das Gemeindehaus zu putzen. Demnächst haben wir wieder unseren, ich weiß nicht, wie oft wir da dran kommen, aber da haben wir wieder unseren Putztag. Ich kann dir jetzt schon sagen, welche Geschwister wieder nicht da sind. Die Hälfte unserer Leute sind regelmäßig nicht da. Das ist diese Mentalität. Das ist diese Mentalität. Ach, nehmen wir Gnade. Gott versteht und Gott weiß, wir haben eine harte Woche hinter uns und dann sollen wir am Samstagmorgen noch zum Putzen kommen. Das kann nicht Gott sein. Weißt du, Gott ist gut und Gott will, dass es mir gut geht. Das ist die falsche Gnade, die dazu führt, dass wir noch eine Vollmacht, einen Frieden bekommen, auf unsere fleischlichen Impulse einzugehen. Faulheit ist ein Impuls des Fleisches. Und wenn Gnadenbotschaft richtig verstanden wird, ist Gnade eine machtvolle Sache, Faulheit zu überwinden. Und wenn eine falsche Gnadenbotschaft verkündigt wird, dann wird Gnade missbraucht und verkehrt sich in Ausschweifung. Verstehst du das? Der fleischliche Lebensstil wird noch legitimiert, kriegt noch einen frommen Stempel, wird noch salonfähig gemacht. Und Judas sagt, wir müssen kämpfen um den Glauben. Da sind welche eingeschlichen. Liegst zu Hause 2. Petrus 3 aus Zeitgründen, kann ich das nicht bringen. Aber da siehst du genau dasselbe. Und da sind Leute heimlich eingeschlichen. Verkehrte Lehrer, und die bringen genau diese verkehrte Gnadenbotschaft. Die sind heimlich hineingekommen. Das bedeutet nicht, dass sie da hinten in der letzten Reihe sitzen und niemand von uns hat es gewusst. Sondern die stehen hier vorne und sie lehren uns eine Gnade, die nicht die Gnade Gottes ist. Und wir sind so blind und wir freuen uns, dass alles so einfach ist. Und Gott will gar nicht, dass du dich anstrengst. Und Gott will gar nicht, dass es irgendwie auch mal Mühe bedeutet. Ich frage mich, warum Paulus das nicht gewusst hat. Manche Leute scheinen eine riesen Angst davor zu haben, etwas aus eigener Kraft zu tun. Das ist die schlimmste Sünde, die ich sich vorstellen könnte. Aus eigener Kraft etwas zu tun. Ich sage, wenn da eine Einladung zur Sünde ist, dann schrei zu Gott und dann widerstehe und frag nicht, ja ist das jetzt in meiner Kraft, ist das im Heiligen Geist, ist es jetzt ein totes Werk? Mit allem, was du hast, widerstehe und fertig. Manche Leute haben mehr Angst, tote Werke zu tun, als aus der Gnade zu fallen. Das ist das Ergebnis einer unausgewogenen, verkehrten Gnadenbotschaft. Und geistliche Disziplin, Fleißschritte, Gott zu suchen, regelmäßige Zeiten mit Gott im Wort und in der Anbetung zu haben, wird als Gesetzlichkeit verschrien. Wird verächtlich gemacht. Und die Gnade wird herangezogen, wenn ich mich heute nicht so betig fühle. Gott ist so gut, der erwartet nicht von mir, dass ich mich abquäle. Wenn du das glaubst, hat man dir eine Fantasie Jesus vor Augen gemalt und weil er dich so glücklich macht, in deinem Bestreben, die Begierden des Fleisches zu erfüllen, hast du das angenommen. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testamentes. Der Jesus des Neuen Testamentes gibt Gnade und das heißt göttliche Power, göttliche Kraft, um dein Fleisch zu überwinden und zu tun, was du zu tun hast. Zu danken, ihn anzubeten, im Geist zu sein, im Geist zu beten und Gott die Ehre zu geben und das Wort zu nehmen und über dem Wort nachzusinnen und dich zu füllen mit dem Wort. Und die Bibel sagt, diese Dinge haben wir zu tun, andernfalls können wir nicht voll des Geistes sein. Wir können nicht. Es ist völlig unmöglich, voll des Geistes zu sein, ohne diese geistlichen Disziplinen. Es ist unmöglich. Und diese falsche Gnadenbotschaft lähmt das Volk Gottes an so vielen Stellen. Manchmal komme ich in Gemeinden nach den ersten zehn Minuten im Lobpreis bis auf die ersten zwei, drei Reihen. Alle setzen sich hin, verschränken die Arme, gucken auf die Uhr, warten ab, wann das zu Ende ist. Wenn ich das sehe, weiß ich, hier ist eine ganze Gemeinde verseucht von einer falschen Gnadenlehre. Hallo. Weil wenn ich die wirkliche Gnade Gottes erkannt habe und ergreife, nutze ich die Gnade, um zu überwinden, nutze ich die Gnade, um im Geist zu leben, nutze ich die Gnade, um zu tun, was ich zu tun habe, als geistlicher Priester Schlachtopfer zu bringen. Und Opfer sind Opfer. Und wenn man Opfer bringt, dann spürt man, dass man Opfer bringt. Amen. Und wir sind Priester, wir bringen Opfer. Ja, keine Anstrengung. Sehe einmal, wie Paulus seinen Dienst beschreibt. Der will heute sagen, ja, hätte ich doch damals schon diese Gnadenbotschaft gewusst, wäre ich doch so advanced gewesen wie ihr. Da habe ich mich ja umsonst angestrengt, habe ich mich umsonst gemüht, umsonst meinen Leib zerschlagen, umsonst all diese Mühen und Wachen und Fasten und all diese Schwierigkeiten auf mich genommen. Wenn das alles so easy ist und wenn das Schlimmste, wovor ich mich hüten muss, ist Mühe und eigene Anstrengung. Sind wir wirklich so fortgeschritten im Vergleich zu Paulus? Dann wo ist die Frucht, die sie vergleichen könnte mit dem ersten apostolischen Zeichen? Wo ist Zeiten? Wo ist die Frucht? Wo ist irgendetwas, was wir vergleichen könnten und sagen könnten, schau mal Paulus, unsere Gnadenbotschaft. Kommst du noch mit? Ihr Lieben, falsche Gnade, die ein Freibrief ist für ein Leben im Fleisch, in der Passivität, im Nicht-Überwinden, ist eine der gefährlichsten Attacken gegen den Leib Christi in dieser Zeit. Und da heißt die Berührung, die falsche Gnade führt zu einem falschen Lebensstil. Verkehrte Lehren, Lehren von Dämonen. Und so gibt es viele, viele verkehrte Betonungen. Und wenn du das Wort der Wahrheit kennst, dann kannst du diese Betonungen identifizieren. Eine andere Betonung, die mir sehr viel Sorge macht und die ich kennzeichnen will. Eine Lehre, die nicht aus den Worten Gottes kommt, floriert in unseren Tagen. Und es ist die Idee, damit Erweckung kommen kann, müssen alle eins sein. Und deswegen müssen wir alles daran tun, um endlich eins zu werden. Und wenn wir endlich alle eins sind, dann wird die Erweckung kommen. Das siehst du nicht in der Schrift.